In freiem, in reinem, alleingelassen zum Sterben, ich schwöre all denen, die mich verrieten, ihr verderben. Ich werde mich rächen, denn ich kenne all ihre Schwächen. In freiem, in reinem, werden sie alle bluten, alle werden sie leiden, die Bösen und die Guten. Ich bin erleichtert und angeheitert, denn alle Sünde werden am Ende des Krieges scheitern. Das waren die Worte einer alten Inschrift. Ich habe noch nicht alles entziffern können, aber werde den Rest morgen zu Ende führen, auf dem Kanal von Stownshed. Schaut bei ihm auch mal vorbei. Ist ein recht guter YouTuber. Danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Gebt mir ein Quick-Light, Daumen nach rauf, abonniert meinen Channel, um nicht mehr zu verpassen. Und am Freitag kommt der Con-Vlog, oder eher gesagt, die Con-View, zur Dokomi. Am Mittwoch gibt es einen kleinen Teaser zur Dokomi und noch ein anderes Video, was ich mir noch überlege, was ich überhaupt mache. Und ja, ich sage dann, bis dann, ciao. PS, ich werde wahrscheinlich wieder mal eine Umfrage starten. In der Infokarte könnt ihr abstimmen. Einfach draufklicken. Also das ist dieses kleine Ding mit diesem I. Das weiße, der weiße Kreis mit dem I. Da könnt ihr abstimmen. Was ich für ein Video, abgesehen vom dazugeschnittenen Teaser zur Dokomi, machen soll. Ihr habt die Wahl. Entscheidet euch. Und ja. Wie schon vorhin, haut raus. Bis dahin. Ciao.